Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das Apple Event ist vorbei. Ich meine, ihr seht es ja überall auf YouTube. Die Nachlese ist da und man wird quasi schon zugespampt damit. Ich habe gedacht, ja, die Welt wartet jetzt noch auf meine Meinung. Ne, tut es ja wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte trotzdem was dazu sagen und zwar ganz speziell zum neuen iMac. Was ich aber am geilsten fand an dem ganzen Event ist, ist, dass keine neuen M1 Chips oder M1X Chips in dem Fall oder M2 Chips oder wie auch immer rausgekommen sind. Weil ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl, man kauft sich gerade ein M1, egal in welcher Form, sei es eben der Mini oder ein MacBook oder ein MacBook Pro und auf einmal kommt ein M1X raus. Der kann alles noch besser, noch schneller, noch toller. War zum Glück nicht so. Das heißt, wir sind noch up to date und Ende des Jahres wird das dann vermutlich so sein. Aber dann ist das so, da haben wir schon lange Spaß trauen und dann kann man damit rechnen. Wie gesagt, heute soll es um den iMac gehen, um den neuen. Und ich lege los oder wir legen los nach dem Intro. Wir sind beim Design vom neuen iMac. Und da muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut mit Abstrichen. Aber ihr werdet es gleich hören. Das Teil ist 11,5 mm dick und das ist wirklich fast gar nichts mehr. Das ist wirklich extrem, extrem dünn. Ich habe hier ein uraltes iPad Air stehen. Und ich habe es gerade mal nachgemessen. Das iPad Air mit Hülle ist exakt 11,5 mm dick. Und das ist wirklich, wirklich wenig. Und da muss ich schon sagen, ja, das macht schon richtig was her. Finde ich super. Ach ja, weil wenn ihr euch fragt, warum ich da so eine Klammer dran habe, das kippt um, wenn die nicht dran ist. Die Hülle ist ein bisschen gerissen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Design, dünn, super gut. Aber der Nachteil an dem dünnen Design ist, und das finde ich wiederum potthässlich, dass dieses hässliche Kinn geblieben ist. Das Kinn braucht doch wirklich kein Mensch. Also Apple braucht es, weil in dem Kinn ist halt jetzt die ganze Technik verbaut. Da sind die Lautsprecher drin. Da ist der M1-Chip drin. Da ist einfach alles drin, was das Ding antreibt. Aber es wäre doch nicht nötig gewesen. Dann hätten sie das Ding halt statt 11,5, hätten sie es halt 20 Millimeter dick gemacht. Das wäre auch noch dünn gewesen. Und dafür das hässliche Kinn weg. Das wäre dann so ein schönes, fast randloses Design gewesen. Das wäre der Hammer. Randlos würde wiederum wahrscheinlich nicht gehen, weil sonst kann man ja die Farbe vorne nicht widerspiegeln. Aber so ein kleiner Rand in den Farben, die es zur Auswahl gibt, das dumme Kinn weg. Und dafür zwei Zentimeter dick. Also ich hätte nichts dagegen gehabt. Ich fände es besser. Bin echt mal gespannt, wie ihr das seht. Aber das Kinn ist doch wirklich unnötig. Da kann man dann nachher Post jetzt draufkleben oder was weiß ich. Es ist schon ein unnötiges Teil. Die Farbauswahl, muss ich sagen, ist extrem gelungen. Ich persönlich würde mir ihn in Blau holen. Wirklich tolle Farben, durch die Bank weg, super gemacht. Schade finde ich da wiederum, dass es nichts Neutrales gibt. Weiß, Silber, Schwarz, keine Ahnung. Aber das ist halt Apple, entweder alles oder nichts. Auch schade bei den Farben finde ich, dass die vorne auf der Vorderseite eben so blatt sind. Ich meine, irgendwie so ein Kontrast bilden, ja. Aber ich hätte gerne gehabt, dass die Farbe vorne, dass vorne eben die dunklere Farbe ist und der hellere Kontrast eben am Ständer oder dann auf der Rückseite oder sonst wie. Weil, klar, ich meine, die iMacs in 24 Zoll werden viel an Rezeptionen stehen und in Schulen oder sonst wo. Und da macht das natürlich was aus. Da sieht man, der ist mordstünn und hat die tolle Farbe von hinten, ja. Während man seinen neuen Zahnarzttermin sich geben lässt. Aber zu Hause, wenn der wie bei mir hier an der Wand steht, da habe ich vorne so ein blasses Babyblau. Ja, nichtsdestotrotz, das ist Jammern auf hohem Niveau. Es ist wirklich toll gemacht. Und wenn sie das Kinn hätten weggelassen, dann wäre ich echt rundum zufrieden gewesen. Ja, kommen wir mal direkt zum Display. Und darüber gibt es wirklich nicht viel zu sagen, weil die Displays in den iMacs sind wirklich spitze. Das waren sie schon immer und es wird es auch dieses Mal wieder sein, zumal es ja dasselbe Display ist wie im Vorgänger. Nur dadurch, dass es jetzt ein 24 Zoll iMac ist, ist es halt ein 4,5K Display. Es unterstützt wieder True-Ton. Das ist nett für die, die es gerne möchten. Und hat eine Helligkeit von 500 Nits. Im Großen und Ganzen, ja, alles beim Alten. Es unterstützt noch einen P3-Farbraum. Das bedeutet im Prinzip, dass der P3-Farbraum ist ein spezieller Farbraum, der hauptsächlich für Videobearbeitung wichtig ist. Könnt ihr mal danach googeln, wenn euch das interessiert. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, wenn wir schon beim Display sind. Und da könnt ihr mir vielleicht helfen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich bin der Meinung, man kann ihn entweder mit Display-Ständer, also mit dem netten Fuß bestellen, oder man kann ihn mit vorbereiteten Löchern für einen Weser-Standard, also für einen Weser-Mount bestellen. Aber ich glaube, es geht nur entweder oder. Das heißt, entweder ich bekomme mein iMac ohne Fuß und muss ihn dann an die Wand klatschen, oder ich bekomme ihn mit Fuß und kann ihn nicht an die Wand klatschen. Und wenn das wirklich so ist, dann verstehe ich es nicht ganz. Weil man hätte ja den Fuß auch so befestigen können hinten am iMac, dass die Abstände von den Befestigungen vom Fuß eben dem Weser-Standard entsprechen. Dann hätte man beide Möglichkeiten gehabt. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin einfach nur der Meinung, es gibt entweder oder. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wesentlich interessanter wird es dann bei den Anschlüssen und da aber auch erst ab dem zweitgrößten Modell. Beim kleinsten Modell hat man lediglich zwei Thunderbolt-USB-4-Anschlüsse. Eine Modellversion größer bekommt man dann zusätzlich zwei USB-3-Anschlüsse mit dazu. Was ziemlich bescheuert ist meiner Meinung nach, ist, dass es keine Standard-USB-A-Anschlüsse mehr gibt. Weil die braucht man heutzutage dann doch. Und ich verschwende somit für einen USB-A-Hub, wenn ich da einfach nur einen langsamen Hub brauche, um irgendwie SD-Karten zu lesen oder eine Webcam anzuschließen oder sonst was, verschwende ich einen 40 Gigabit oder bei, wenn man jetzt USB-4 nimmt, 20 Gigabit USB-Anschluss. Völlig bescheuert in meinen Augen. Die hätten im kleinen Modell und auch den größeren einfach noch zwei USB-A-Anschlüsse spendieren können. Das wäre sehr, sehr sinnvoll gewesen, wie ich finde. Naja, wie auch immer, an der Seite vom iMac ist dann der Kopfhörerausgang. Das ist auch super, dass der an der Seite ist. Finde ich wesentlich besser, kommen auch besser dran. Aber das ist natürlich auch wieder dem dünnen Design geschuldet. Das war sicher keine bewusste Entscheidung, das dahinter zu machen. Das hätten sie auch wieder an die Seite zu machen. Das hätten sie auch wieder auf die Rückseite gemacht, wenn das Ding dick genug gewesen wäre. Weiterhin haben wir noch einen kleinen Anschluss für das Netzkabel. Das ist jetzt magnetisch. Ja, ist ein tolles Gimmick, aber das ist jetzt auch nicht der Renner. Ich höre die Leute sagen, wie geil, das ist das Netzkabel, buff und dran. Mal ganz ehrlich, ich stelle das Scheißding auf den Tisch. Ich schließe mein Netzkabel an und das war's. Ja, die Zeiten sind vorbei, wo ich das wieder abhänge und zu LAN-Partys gehe. Ja, oder ständig meinen iMac durch die Gegend trage. Ja gut, vielleicht gibt es so Anwendungsfälle, aber naja. Ist ein nettes Gimmick, da wollen wir auch gar nicht meckern, aber einen Hype drum würde ich jetzt auch nicht machen. Es gibt dann noch einen Ethernet-Anschluss, aber das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Den gibt es auch erst beim nächstgrößeren Modell, also nicht beim Basismodell. Aber den gibt es dann auch nur integriert ins externe Netzteil. Ja, das Netzteil ist jetzt auch extern und da befindet sich dann ab der nächstgrößeren Modellvariante, also eins größer als das Basismodell, gibt es dann im Netzteil einen Ethernet-Anschluss. Ja, das ist eigentlich wurscht, wo der ist, weil ob ich das Netzwerkkabel jetzt im Netzteil anschließe oder direkt am iMac so SES-Kabel dann wenigstens nicht auf dem Tisch muss noch verstecken. Finde ich ganz gut. Ja, was an Anschlüssen fehlt, ist eindeutig ein SD-Kartenleser. Also ganz ehrlich, es ist bescheuert, dass die keinen verdammten SD-Kartenleser in diesem iMac gebaut haben. Ich hoffe doch, der wird bei einem nächstgrößeren dann Ende des Jahres irgendwann drin sein, weil das finde ich sowas von lächerlich. Gerade Apple, ja, wo ihr Klientel eigentlich im kreativen Bereich haben. Foto, Video, Musik, ja, und dann keinen SD-Kartenleser einbauen. Also ganz ehrlich, ich schnalle das nicht, ja. Und dann kaufe ich mir eine Basisversion, die kostet ja auch schon eine Stange Geld und darf dann schon mal einen von meinen zwei wertvollen Thunderbolt-USB-Anschlüssen verschwenden für einen scheiß externen SD-Kartenleser, der bei mir dann wieder irgendwo auf dem Tisch rumbaumelt, ja. Weil ich kann ihn ja nicht ständig ein- und ausstecken, weil ich muss ja dann immerhin das Gerät greifen. Ich möchte sie irgendwie fest auf dem Tisch stehen haben. Und ja, das ist Kindergarten, ganz ehrlich. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht auf die Reihe kriegen, da so ein Ding einzubauen. So, dann kommen wir mal zur Kamera. Juhu, endlich eine Full-HD-Kamera. Mal ohne Witz, ich höre mir so die Nachlese zu dem Apple-Event natürlich auch an. Und wenn ich dann höre, ja, wir haben eine Full-HD-Kamera, juhu, hier muss man mal echt schmunzeln, ja. Sowas ist Standard. Eigentlich hätte auch eine 4K-Kamera drin sein können. Ja, gut. Aber es ist toll, dass eine drin ist und die profitiert natürlich auch von dem Grafikprozessor vom M1 und soll laut Apple auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch ein Top-Bild abliefern. Wenn man sich so die Reviews vom Mac Pro, MacBook Air M1 anschaut und dort mal die Kameras vergleicht mit den Vorgänger-Intel-Macbooks, da heißt es ja auch schon, durch den M1 sollen die profitieren. So wirklich krass ist der Unterschied nicht. Ich hoffe natürlich für alle, die sich so ein iMac kaufen werden, dass sie mit ihrer Webcam da mehr Glück haben und dass die wirklich gut sein wird. So, von der Kamera kommen wir direkt zu den Mikrofonen. Und ja, es sind drei Stück und die sollen laut Apple sogar in Studio-Qualität aufnehmen. Ich meine, ja, Studio-Qualität wage ich jetzt zu bezweifeln. Man kennt sie ja aus den MacBooks, die nehmen ja auch in Studio-Qualität auf und nein, ich sage, es ist keine Studio-Qualität. Dennoch sind sie sehr gut und für so ein Zoom-Meeting oder was man auch immer so macht mit den eingebauten Mikrofonen, wird es auch reichen. Ja, also da muss man, glaube ich, nicht groß hin und her diskutieren. Es ist jetzt eine vernünftige Kamera verbaut und es sind vernünftige Mikrofone verbaut. Und ich gehe mal davon aus, dass man für so Standard-Anwendungen einfach nichts Externes mehr anschließen muss. Das Soundsystem, das Apple da verbaut hat, soll ja laut Apple das beste Soundsystem sein, das jemals in einem Mac verbaut wurde. Und wenn ich ehrlich bin, das kaufe ich denen aufs Wort ab ohne Wenn und Aber. Weil egal, was man sich anschaut, die iPhones, die iPads, die MacBooks, überall Spitzensound ohne Wenn und Aber. Und genau so wird es auch im iMac sein. Ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen. Es soll 3D-Sound unterstützt werden und was ich besonders interessant finde, ist die Technik mit den gegeneinander schwingenden Lautsprechern, damit das Gehäuse nicht vibriert. Also ich glaube, da kann man wirklich viel von erwarten und ich bin wirklich gespannt, was dann die ersten Reviews dazu ans Tageslicht fördern werden. So, dann bleibt noch das Zubehör und das Zubehör wirklich finde ich absolut geil. Ich liebe ja mein Magic Keyboard, ich mag mein Trackpad und ich mag auch meine Magic Maus und dass es die jetzt in Farbe geben soll, das ist spitze. Wird hoffentlich auch einzeln bestellbar sein. Was heißt hoffentlich, ich werde sie mir nicht in Farbe kaufen. Ich finde es eigentlich so geil, dass da jetzt Touch ID drin ist. Ja, in den neuen Magic Keyboards ist Touch ID verbaut und das ist wirklich eine absolute Spitzensache. Leider profitieren da wieder die Basismodelle nicht davon. Die kriegen natürlich wieder ein Standard Keyboard hingeklatscht, aber ab der eins größeren Version hat man Touch ID dabei. Und dann auch noch passend zur Farbe des iMacs, das ist wirklich schön. Zum Glück haben sie da mit den Farben nicht so rumgesponnen, sondern bieten auch noch die silberne Variante an. Das passt natürlich zu meinem Mac Mini wunderbar und ich glaube, ich werde mir das dann auch zulegen. Das Gute ist nämlich, dass alle M1 Macs dieses Keyboard mit Touch ID unterstützen. Von daher alles wunderbar. Können wir uns also alle drauf freuen, die ein M1 in ihrem Mac am Werkeln haben. Und damit sind wir dann auch schon beim Preis angelangt und ja, das Basismodell, das kleinste Modell kostet 1449 Euro und das ist exakt so teuer wie das kleinste MacBook Pro. Ich finde es ist eigentlich, es ist teuer, aber es ist ein fairer Preis. Ich meine, immerhin ist der Monitor mit dabei und die Eingabegeräte sind mit dabei. Man bekommt das Magic Keyboard mit dazu. Und würde man jetzt Mac Mini kaufen und einen Monitor in der Qualität, wie im iMac drin steckt, auch wenn es nur ein 24 Zoll ist und dann noch das ganze Graffel außenrum, wird mal ungefähr ähnlich liegen. 1699 kostet dann die nächstgrößere Version. Den Sprung kann man machen, weil der hat ja, wie ich schon gesagt habe, zwei USB 3 Anschlüsse mehr drin. Bekommt dann auch das Magic Keyboard mit Touch ID, das macht Sinn. Alle anderen Aufpreismodelle, da kommt es dann nur noch drauf an, brauche ich 8 GB, brauche ich 16 GB, wenn man bereit ist, die Apple Preise zu bezahlen für internen Festplattenspeicher und für 16 GB. Wobei ich mittlerweile ja 16 GB auch empfehle, muss man halt in die Tasche greifen. Aber im Prinzip sind es die zwei Unterschiede. Ich habe einmal ein Basismodell für 14,49. Da habe ich halt zwei USB-Anschlüsse weniger und habe halt keinen Netzwerkanschluss und habe halt ein Magic Keyboard ohne Touch ID. Oder ich zahle mindestens 16,99 und habe dafür ein Magic Keyboard mit Touch ID, zwei USB 3 Anschlüsse mehr und habe Ethernet im Netzteil integriert. Ja und zu guter Letzt, wo die meisten jetzt schon weggeschalten haben wegen meinem Gelaber, noch meine eigene Meinung zu dem Ganzen. Ich finde es echt rauchig, wie Apple die Preisstaffelungen momentan gestaltet. Ja, früher ging das natürlich ganz einfach. Du kannst ein i3, ein i5, ein i7 kaufen und das kostet halt dann immer mehr Geld. Jetzt haben aber alle die gleichen Prozessoren drin. Jetzt ist nichts mehr mit, hey, ich habe den schnelleren, ich habe den langsameren. Klar fängt Apple jetzt an mit so Spielereien wie, du kriegst Touch ID, du aber nicht. Ja, Touch ID kostet dich gleich mal einen Aufpreis von 200 Euro oder so. Irgendwo müssen sie an der Schraube drehen. Aber ich finde es ehrlich gesagt lächerlich. Es wäre doch, hätte doch genauso funktioniert, wenn man es macht wie bei Mac Mini. Es gibt ein iMac, der kostet für mich aus 14,49, der hat dann aber trotzdem alle vier USB Schrägstrich Thunderbolt Anschlüsse. Der bekommt ein Magic Keyboard mit Touch ID dazu. Und die nächsten Staffelungen sind dann 8,16 GB oder 256 GB Festplatte, SSD 512 TB. Da kann sich der Benutzer das ja dann selber hinkonfigurieren, wie er will. Aber dass man mit so Spielereien anfängt wie, du kriegst eine Maus, du kriegst keine, du kriegst Touch ID, du kriegst keine. Also so blödes Zeug oder ich klaue dir zwei USB Anschlüsse, weil wenn du vier willst, kann ich knapp 200 Euro verlangen. Finde ich bescheuert. Hätte nicht sein müssen. Ansonsten sind es wirklich tolle Teile. Ich bin echt erstaunt. Ja, ich bin ja noch nicht so lange in der Apple-Welt. Ich habe es zwar schon immer verfolgt, aber jetzt halt einfach intensiver. Und ich bin echt, echt erstaunt, was Apple da hingestellt hat. Aber ich finde es jetzt auch nicht so ein riesen, wow, geiles Wunder. Ja, es ist eine tolle Sache und da werden sicher viele Leute dran ihre Freude haben. Mehr im Prinzip auch nicht. Ich sehe die Teile an Rezeption stehen, in Schulen stehen, irgendwo im Arbeitsumfeld. Ja, weil 24 Zoll, mal ehrlich. Ja gut, es gibt auch Privatanwender, denen reicht das. Aber ja, ich habe am Anfang gesagt, ich bin froh, dass die noch kein M2 oder M1X Chip da reingebaut haben, weil sonst wäre mein Mac Mini M1 nämlich jetzt schon alt. Andererseits, dadurch, dass die jetzt wirklich nur den 24 Zoll iMac rausgebracht haben, weiß man schon, dass halt die größeren Modelle auch einen besseren Chip drin haben werden. Weil sonst hätten sie das gleich verbaut. Ja, aber jetzt so in die Baby-Version noch den M1 reinstecken und dann wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn dann die neuen iMacs kommen, dann da richtig Power reinstecken. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Wie auch immer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.